Ich habe einen normalen Kugelschreiber in nur einer Stunde zu einem iPhone getauscht. Und ja, ich konnte es selbst nicht glauben. Ich habe auf der Gamescom mit einem Kugelschreiber gestartet, den dann zu 2 Euro getauscht, die 2 Euro zu einem Red Bull, das zu einem Schweizer Taschenmesser und das dann zu 20 Euro getauscht. Da habe ich die Stunde schon fast vorbei. Aber wie ich es in den letzten Minuten geschafft habe, von 20 Euro zu einem iPhone zu kommen, seht ihr mal im neuen Video.